So Leute, willkommen zurück zu MW3 Multiplayer. Ich habe gerade gesehen, leider zu spät natürlich. Ich könnte ja das mit dem Schallnämpfer umgehen, indem ich einfach dann noch Reichweite reinmache. Ich habe im Moment noch Rückstoß, aber der Rückstoß wird ja schon... Machst du da, du behindertes, bescheuertes Pickelkind, Alter. Bleib mal ruhig jetzt. Meine Ballflug, Alter. Ja, der Schallnämpfer reduziert ja eigentlich schon das... Wie heißt das? Wie heißt das denn mit dem Rückstoß, oder? Dementsprechend könnte ich ja lieber Reichweite rein klatschen, um das dann wieder auszugleichen, dass ich Schallnämpfer drauf habe. Oder? Ist das doch... So falsch gedacht ist es, glaube ich, nicht. Aber ich habe es zu spät erst gesehen, ich wollte es eigentlich noch machen, aber egal. Ich glaube, von links kommt einer. Da kommt auf jeden Fall einer. Ich glaube, der kommt durchs Haus, oder? Scheiß drauf, Alter. Campen gibt es hier nicht von mir. Du Pissige! Zack, Junge! Boah, Junge, halt den Ballflug! Wer geht hier ab? Wer geht hier ab? Ich mache jetzt ein 20 zu 0, Alter. Da oben, da oben, den fick ich weg, den fick ich weg. Du Mistgeburt! Ich habe so Schiss, oder? Ich brauche nur noch einen Kill, bitte einen Kill jetzt. Jetzt ist toll, jetzt ist meine Hauptwaffe leer. Was soll ich denn machen? Oh, fuck. Wissen Sie, dass ich hier bin? Was soll ich machen, Alter? Mit der Waffe kann ich nicht auf die Distanz schießen. 1, 2, 3, schicke, schicke, schweine, YOLO! Rennen, 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 Junge! Rennen wie ein Junge! Spund! Fuck, Alter. Scheiße, ich wollte aber nicht ewig kammeln. Na, egal. 5 zu 1. Again, Junge. Ach, ja. Kennt man ja gar nicht mehr anders von mir. Also man kann definitiv sagen, ich bin in MB3, glaube ich, ein Stück, ein Stück besser als in Black Ops. Weiß ja geil, woran das liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, dass ich die Maps ein bisschen besser kenne oder so? Ich weiß es nicht. War da einer, ne? Boah, hätte ich den jetzt erwischt? Hätte man schon so sagen können, Respekt. Da kommt einer. Ich höre sie doch. Boah, ich werde wahnsinnig bei dem Sound, wa? Achso, das ist die Scheiß. Komm, geh mal da weg. Wir gehen mal jetzt nach vorne, ja. Genug hier rumgegammelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das hat natürlich sehr exzellent gemacht. Der ist da reingelaufen, oder? Der ist hier, der ist hier. Wie ist er denn? Du Mistgeburt! Merkt euch diesen verfickten Bastard-Namen, alter. Was ist das für eine Dreckskanal-Ratte, alter. Junge, junge, junge. Boah, ähm. Tu. Ach, ne, Junge, ne. Ne, ne, ne. Kann natürlich sein, dass er mich auch gehört hat, aber ne. Trotzdem, egal, scheiße. Scheiße. Einfach still weitermachen, so weiter. Einfach weitermachen. Ist doch lächerlich. Natürlich. Mach doch gerne Assist vor euch. Geh weg, du scheiß Helikopter. Geh weg. Geh weg, Alter. No. Ah, schon wieder dieses Mistkind. Na, ist doch schön, alter. Nur campen, abwarten und abstauben. Das kann er. Coole Sache, jung. Du warst voll drauf. Freut mich, dass du schon im Wach, weiß ich, wie du eine Prestige bist. Verpiss dich mit deinem Helikopter, Alter. Verpiss dich mit deinem Helikopter, Alter. Guck dir das an, wie der sich da hinlegt. Was ist mit dir falsch? Boah, das geht mir so auf den Sack, wa? Wie lange ist der Helikopter denn noch da? Hallo. Hallo. Grandiose Leistung. Grandiose Leistung, Alter. Mein Gott, ja. War der nicht da oben irgendwo? Du Missgestalt. Den hättest du doch gehabt, Junge. So wie den hier. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Da ist was. Unsere Aufklärung ist online. Ja, die kommen doch gleich. Die kommen doch gleich. Oh, ist klar, Junge. Ist klar, die Waffe gegen UMP. Und ich wusste, dass er da kommt. Ist klar. Das sind so Momente, weißt du, da feste dir nur an den Schädel, Alter. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber das hätte ich gewinnen müssen, Alter. Haben sie wahrscheinlich hier wieder meine fette, krasse, miese Bossleitung runtergezogen. Damit die mit ihrer Bammus-Bammus-Holzleitung mitkommen, weißt du? Was ist das für eine Scheiße, sag mal. Alter, sowas vermisst einem schon wieder den Komplett den Spaß an der ganzen Sache, Alter. Junge, Junge, du wieder. Oh Gott. Was wird dir so eine Schelle geben, Alter? Das ist die letzte Folge, Leute. Mehr nehme ich nicht auf. Mehr nehme ich nicht auf. Ich raste aus. Irgendwann werfe ich meinen Controller wirklich schnell an die Wand. Und das ist doch scheiße auch, oder? Ich hätte schmessern sollen, aber egal. Ich hätte... Ich hätte schmessern sollen. Alter, da kommt das nächste Dreckskant. Ruhig bleiben. Ruhig. Einfach gleich einen schönen warmen Tee trinken, auch wenn es eklig heiß ist, schon wieder draußen. Egal. Egal, Junge. Was macht ihr? Hier Rudelbumsen mit anfassen, oder wie? Raus hier, Jungs, raus. Wir müssen gewinnen. Und ich hole jetzt die Führung zurück. Oh Gott. Oh Gott. Schmeckt das, Alter? Es hat sogar getroffen. Junge, fick ihn weg. Hinter mir. Nein. Junge. Mann, Alter. Sobald es 70 zu 70 stand, habe ich vier Kills gemacht und niemand sonst irgendeinen. Hätte die Granate gesessen, war, Leute? Ich wäre zum Volkshelden der Nation geworden. Aber nee, so natürlich nicht. Hätte die eine Granate gesessen, richtig. Ich weiß, er hätte ihn getötet. Aber nee, dann hat er wieder wahrscheinlich sich in seinem Pappkarton versteckt, ja? Das regt viel zu sehr auf, diese Störung. Das ist, das regt. Nee. Leute. Nee. Stell euch das mal vor. Das wäre doch übertrieben geiles Finale gewesen. Hm. Man sieht mich, wie ich die Granate so werfe. Throw, Alter. Throw this shit away. Und dann kommt der andere Typ aus der Seite. Und ein Bala, Bala, Bala. I'm full in the head. Und he's going down. Und I'm the singer of the game. Das wäre so awesome, you know? Junge, Junge, das wäre so geil. Na gut, Leute. Kann man nichts machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zusehen. Wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung. Da würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.